In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt tatsächlich viel Spaß und begrüße Jessica Zinn von der Piratenpartei in Berlin. Hallo Hans-Freunde! Wir jedes Jahr treffen uns hier zur bundesweit größten Demo zur Legalisierung von Cannabis als Genutzmittel, Medizin und Nutzhand. Jedes Jahr unterhalten wir uns hier über die kleinen Fortschritte. Und wir kämpfen bereits seit vielen Jahren für die Legalisierung von Cannabis. Ich danke euch dafür, dass ihr alle heute wieder dabei seid. Im letzten Jahr hatten wir auf die Debatte ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir haben viele kleine Erfolge zu verzeichnen und einer davon sind die Modellprojekte, die vielfach im Kommunen angeschoben werden. Das erste davon war das Projekt in Friedrichshain-Kreuzberg im Heimbezirk. Okay, ich möchte euch heute etwas über Modellprojekte erzählen. Vor ungefähr zwei Jahren fing unsere Bürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg an, hier die ersten Ideen für erste Schritte zur Umsetzung eines Modellprojektes zu regeln. Dieser Antrag wurde einstimmig bei uns im Parlament, bei Abwesenheit der CDU, einstimmig angenommen. Wir haben inzwischen, zwei Jahre später, den ersten Antrag seit 1997 eingereicht. Dieses Modellprojekt ist ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Schritt für die Legalisierung. Und ich finde, es sollte ein Schritt sein, um zu zeigen, welche Auswirkungen die Legalisierung hat, wie sie aussehen kann. Es handelt sich um keine Legalisierung. Es handelt sich um eine Ausnahmegenehmigung nach dem Betäubungsmittelgesetz. Ich habe viele Gerüchte gehört. Es wirkte so, als hätten wir schon einen Coffeeshop am Gurley. Und ich habe auch vielfach von euren Wünschen und Träumen gehört, wie so ein Coffeeshop auszusehen hat. Mit angenehmer Atmosphäre, Sofas, natürlich mit Fachpersonal. Ich muss euch leider ein wenig enttäuschen. Es ist zwar ein großer Schritt für die Legalisierung, aber es ist nicht das, was ihr euch vorstellt. Sollte dieser Antrag bei Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angenommen werden, bekommen wir zunächst einmal eine Lösung, die zum Beispiel beinhaltet, Abgabe mit Beipackzetteln und Wahrnehmweise für einen Gramm Portion zu einem Preis von 10 oder 11 Euro. Wollt ihr das? Davon gibt es an höchstens 10 Gramm Mutter, natürlich ohne Mengenrabatt. Der Nachweis, dass ihr berechtigt seid, gibt es mit Identifikationskarte anregistrierte Einwohner. Die Zielgruppe sind hierbei auch noch die Problemkontimenten. Glaubt ihr, dass diese davon angesprochen werden? Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein medizinisches Modellprojekt. Wir brauchen mehr davon, aber bitte helft uns. Das packt mit an, damit wir die nächst bessere Modellprojekte bekommen. Was kann man tun? Denn würdet ihr wirklich über teuerte kleinen Portionen mit Warnchenweisen, ID-Karten und einem Konsum-Tagebuch legal erwerben wollen? Für Patienten ist es bestimmt eine Bessere. Helft bitte mit, die nächsten Ansträge besser zu beschreiben. Viele Ziele eines Modellprojektes sind unterstützenswert. Wir setzen uns ein mit Beendigung des unkontrollierten Staatsmarktes. Wir wollen einen Judenschutz, einen Verbraucherschutz. Aber das können wir auch mit einer Legalisierung erreichen. Wir wollen nicht ein derartig kontrolliertes Modellprojekt. Denn ein Modellprojekt kann auch ein Vorrat sein für die Lösung, die wir später bekommen. Bitte helft mit, das zu verbessern. Die Piraten fordern eine komplette Legalisierung und eine Abgabe, nämlich die lizenzierte Abgabestelle. Das ist Fachgeschäfte und Fachpersonal. Diese für geplante Abgabestelle wird aber kein gemütlicher Kiffershop wie in dem in Wüldisheim-Kreuzberg geplant ist. In Wüldisheim-Kreuzberg wird zum Beispiel das Cannabiskontrollgesetz der Grünen eingebaut. Kontrollgesetz. Wie der Name schon sagt, es geht nicht um eine Freigabe, sondern um eine Kontrolle. Um einen neuen Bürokratieaufwand. Einen weiteren Strafenkatalog, wenn die Vorschriften missachtet werden. Diese Art der Abgabestelle mit Integration im Netzwerk der Suchthilfe ist nicht das, was wir wollen. Denn hier wird Trump nicht so behandelt wie eine wertvolle, endlich zu legalisierende Pflanze, sondern wie eine stark gefährliche Droge. Diese Herangehensweise widerspricht vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ein Modellprojekt dieser Art gibt meiner Meinung nach auch keine für diese Legalisierung aussagekräftigen Erkenntnisse. Wir brauchen keine Bevormundung. Diese strenge Kontrolle übertreibt kostenintensiv die Gefährlichkeit von Cannabis. Vieles bei diesem Modellprojekt ist noch ungeklärt. Es gibt viel Bürokratie, Finanzierung ist ungeklärt. Wir wissen nicht, wo es herkommt, aber es ist ein erster Schritt. Es wurde ein Antrag eingereicht. Und ich warte auf die vielen Kommunen, die dem nachgehen, die weiter folgen und die bessere Anträge ausarbeiten, bei denen es nicht so sehr um die Kontrolle und Bevormundung der Bürger, sondern um einen informierten Konsum geht. Ja, wir wollen kontrollierte Abgaben an Vorjährige. Wir wollen Verbraucherschutz, wir wollen Jugendschutz. Aber wir wollen keine Bevormundung. Für die Piratenpartei vorleere ich Modellprojekte, die eine Aussagekraft für die Legalisierung von Cannabis in ganz Deutschland haben. Wir wollen hier eine Vorreiterrolle schaffen und ein Legalisierungsprojekt, ein Modellprojekt für ganz Berlin haben. Berlin als Vorreiter für Deutschland. Wie sähe es in Deutschland aus? Die Piraten wünschen einen verantwortungsvollen Umgang mit Rausch- und Genussmitteln. Bevormundungen widersprechen der Grundüberzeugung und unserem Verständnis einer mündigen Gesellschaft. Das finde ich. Richtig. Modellprojekte sind nur kleine Schritte. Und sie sollten keine Vorbilder werden für eine registriktive, streng kontrollierte und sanktionierte Abgabe von Cannabis, sondern sie sollten zur Legalisierung führen. Hierbei sollten wir auch die Auswirkungen einer Legalisierung für die verschiedenen weiteren Anwendungsmöglichkeiten der Hanfpflanze betrachten. Unser Motto heute ist, nutzt Hanf. Nutzt Hanf als relativ harmloses Genussmittel, als Medizin, und als wertvolle, vielfältige Nutzpflanze. Für die Legalisierung von Cannabis. Nutzt Hanf. Ich danke euch, dass ihr da seid. Vielen Dank, Jessica Zinn von der Piratenpartei in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.